leute ich war schoppe ich wollte eigentlich nur piccolinis hole es kann sein dass ich ein bisschen eskaliert bin aber wo ich vor dem tiefregal stand konnte ich mit einfach nicht entscheiden und da habe ich einfach von allem etwas mitgenommen ich kann mich nicht entscheiden ich glaube als erstes mache ich mir hier diese pizzi ich habe mir einfach mal wieder selbst übertroffen mit der backzeit um die sieht einfach perfekt aus so wie ich